So, wir sind wieder live heute Donnerstag 20 Uhr in der Cashflow-Coaching-Community. Schön, dass ihr am Start seid. Wir warten immer noch kurz, bis noch einige ins Live reinkommen. Es gibt immer noch ein paar Verzögerungen. Ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, schon direkt in die Kommentare. Was habt ihr heute für Fragen? Wir haben ein sehr, sehr interessantes Thema, auch aus gegebenem Anlass. Extrem krisensichere Investments. Wir gehen einfach mal ein paar Punkte durch. Was für Investments gibt es überhaupt alles? Wo kann man investieren? Was verbinden viele Menschen vor allem mit? Oh, wie kann ich mich schützen vor einer Krise, vor Einbrüchen, eventuell Worst-Case-Szenarien? Und dementsprechend für diejenigen, die jetzt heute das erste Mal drin sind, sei erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr der Gruppe beigetreten seid, beim Live dabei seid. Ihr könnt auch rückwirkend alle Lives, jede Woche Donnerstag, immer 20 Uhr ist das Live. Ihr könnt also rückwirkend alle Lives von den letzten, keine Ahnung, 4, 5 Monaten, 6 Monaten, könnt ihr alles einsehen und da einfach durchscrollen, welches Thema euch interessiert. Grundsätzlich nochmal kurz, die Cashflow-Coaching-Community ist einfach ein ganz, ganz klares Ziel. Und zwar, dass durch den Content, durch den Inhalt, durch die Lives, die ihr immer hier bekommt, komplett for free, mit der Community ist das Ziel, dass jeder Teilnehmer in der Community mehr Cashflow, mehr Wohlstand, mehr Reichtum aufbaut. Durch Art, das Thema finanzielle Bildung, wie gehe ich mit Geld richtig um? Wie kann ich Systeme schaffen, mit denen ich einfach mehr Kapital aufbaue? Das ist das eine. Dann natürlich sehr, sehr viele Hintergrundinformationen über das Finanzwesen, über die Finanzindustrie, dass du zukünftig nicht mehr abgezockt wirst. Und auf der anderen Seite, wie kann ich investieren? Darüber hinaus geht es eigentlich um alle Themen rund um das Thema Cashflow. Ja, das ist ja meine große Expertise. Wie kann ich in jeder Wirtschaftlage profitieren? Wie kann ich in jeder Situation Cashflow generieren? Sprich, nicht nur durch Investments, sondern wenn du ein eigenes Business hast, ein eigenes Unternehmen, du bist Selbstständiger, was gilt es da heutzutage zu beherrschen, dass man natürlich ständig auch Cashflow generieren kann? Also A, wie kann ich mehr Einkommen erzielen? Wie kann ich mein Einkommen hochskalieren? Wie kann ich durch meine Unternehmen oder durch mein Unternehmen mehr Wachstum generieren? Und da können ja viele Bereiche dazu, sprich Digitalisierung, Automatisierung, Mitarbeitergewinnung, Positionierung, Branding, all das war in den letzten Wochen auch schon drin. Heute haben wir uns einfach dafür entschieden, mal über dieses Thema zu sprechen, extrem krisensichere Investments, weil wir haben ja Folgendes gesehen. Vor nicht allzu langer Zeit im Zuge der Corona-Krise gab es ja an der Börse den sogenannten Corona-Crash. In der Regel kann man sagen, die komplette Börse ist um 30, 40 Prozent eingebrochen, vom Allzeithoch 13.500 Punkte abgesegelt auf 8.500 Punkte. Heute, lustigerweise heute oder gestern, wurde die Marke von 12.000 Punkte wieder geknackt, auch schon im Intraday-Handel auf 12.500. Und da muss man sich doch die Frage stellen, ich habe heute so ein ganz interessantes Bild gesehen, wirklich ein ganz, ganz interessantes Bild. Und zwar, wenn man den Börsenkurs ja sieht, wenn ich den mal ganz kurz so aufzeichnen darf, in einfacher Form, also nagelt mich jetzt nicht fest, einfache Form, der DAX lief ja so, und zack, 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 zack. So, jetzt haben wir den Allzeithoch, ja, und nach dem Allzeithoch ging das so runter, zack. Das war, sagen wir mal hier, 2018, 2018, seitdem also eigentlich die längste Rallye. Und jetzt sind wir wieder so, ja, circa hier, 12.000, ich schreibe jetzt mal 12.000 Punkte. So, und jetzt mal eine ganz, ganz ehrliche Frage, könnt ihr auch in die Kommentare reinschreiben. Boomt momentan die Weltwirtschaft? Boomt momentan die Weltwirtschaft? Also ist alles total easy, alle freuen sich, alles boomt, die Unternehmen machen satte Gewinne, machen Umsatzrekorde. Wie ist denn aktuell die Situation? Ja, boomt denn die Weltwirtschaft? Ja, ganz einfache Frage, schreibt mal rein, einfach nur ja oder nein. Bei mir ist es auf dem Screen immer zeitverzögert, ja, deswegen dauert es bei mir ein bisschen länger. Also ich stehe nicht auf der Leitung. So, aber die Weltwirtschaft, ich denke, da sind wir uns einig, da boomt momentan gar nichts. Da boomt, während dem Lockdown hat nichts geboomt, ganz im Gegenteil. Die meisten haben ums Überleben gekämpft, kämpfen heute noch ums Überleben. Und aufgrund der Änderung des Insolvenzgesetzes in Deutschland haben wir aktuell mehr Zombie-Unternehmen, wie, keine Ahnung, also die müssen ja keine Insolvenz anmelden, obwohl sie zahlungsunfähig sind. Und das fängt bei großen DAX-Konzernen an, ja, wie Adidas, Lufthansa, wirklich Daimler, wirklich Riesenbetriebe. Und da stellt man sich so die Frage, okay, wie kann es denn sein, dass der DAX, ja, der liebe DAX, so eine Bewegung hinlegt, hier in Allzeithoch, stürzt in einem Zug um etwa 40% ab. Okay, 40% ging es bergab in einem Rutsch und ist jetzt wieder bei über 12.000, 12.000 Punkte. Obwohl wir weltweit nur eine Situation haben. Es war Lockdown, keine Umsätze, Kurzarbeit, nochmal, Kurzarbeit haben wir aktuell 650.000 Unternehmen in Deutschland, die auf Kurzarbeit sind. In der Finanzkrise, im Finanzcrash 2008 waren es 23.000 Unternehmen, das sind also etwas mehr jetzt. Wir haben 10 Millionen Kurzarbeiter, maximale Arbeitslosenquote, nicht nur in Deutschland, überall, ja, wo der Lockdown so durchgeführt wurde. Und jetzt bewegen sich alle und machen Tschakka, Tschakka, Tschakka und sagen, ja, die Börse, die rockt. Und heute, das Bild, was ich erklären wollte, war vom S&P, ja, also S&P 500. Und da wurde drüber geschrieben, mittlerweile nach dieser Krise sollte es jedem klar sein, dass die Börsenkurse mit der Realwirtschaft nichts zu tun haben. Gar nichts. Also ich meine das wirklich ernst. Das, was hier vonstatten geht, hat mit der Wirtschaft da draußen nichts zu tun. Das heißt, was man verstehen muss, dass diese ganzen Kurse von oben nach unten in jeglicher Form komplett manipulierbar sind. Wenn man einigermaßen Ahnung hat von der Börse, kann man schauen, mit wie wenig Kapital man hier Preise zum Steigen bringen kann, weil die Großinvestoren oder auch wirklich intelligenten Investoren, die sitzen immer noch auf Cash-Kapital. Die sind größtenteils nicht investiert, weil sie sagen, es knallt auf jeden Fall. Momentan wird durch wenig Kapital, werden die Preise hochgetrieben. Und dementsprechend, ihr seht ja, das muss man einfach nachvollziehen, wer ist hier eingestiegen? Ja, also ich will hier gerade mal, ich ändere nochmal die Farbe. So, wer ist hier eingestiegen? In diesem Zyklus. Hier hat die Masse proklamiert bekommen, die Börse ist eine Einbahnstraße. Es läuft alles richtig top. Das heißt, die Masse hat hier eingekauft. So, jetzt in einem Zug ist das runtergerutscht. Ich meine, hierfür brauchen wir fast zwei Jahre für dieses Wachstum. Wachstum dauert immer länger als ein Einbruch. Das hat gedauert drei Wochen. Ja, zwei bis drei Wochen. Ups. So, und wer hat jetzt hier, hier oben verkauft? Sagen wir mal, Investoren haben verkauft im Crash. So, und jetzt müsst ihr sehen, wer hat jetzt hier verkauft beim Abrutsch? So, genau die Masse, die hier eingestiegen ist, hat natürlich da nicht verkauft. Da haben die Investoren verkauft. Es ist gecrasht, gecrasht, gecrasht. Die Masse ist ja natürlich hier eingestiegen, kurz vorm Allzeithoch. Okay, und jetzt wurde hier wieder abverkauft aus Angst. Hier verkauft. 20, 30, 40 Prozent Verlust, weil man es nicht mehr ausgehalten hat zu halten. Und jetzt haben die Großinvestoren, die Jungs, sind hier wieder rein. Zack, und haben wieder investiert. Schießen das Ding hier wieder hoch. Und die Masse kauft natürlich jetzt wieder hier ein, ja. Also das heißt, die blaue Farbe, die Masse, steigt jetzt hier wieder an. So, was passiert, wenn es hart auf hart kommt? Jetzt könnte es natürlich sein, die treiben das komplett auf die Spitze. Und dieses Ding geht hier durch die Decke. Und wir haben sogar noch ein neues Allzeithoch bei 13.600, 14.000 Punkte. Also aktuell ist alles möglich, ja. An der Börse ist aktuell nichts mehr unmöglich. Und dann denken wirklich wieder die Leute, die hier die Verluste gemacht haben, Mensch, ich hätte ja nur warten müssen. Bin ich doof? Jetzt geht es doch alles in eine Richtung. Sinn nicht, dass es überall crasht, dass nirgends ein Wirtschaftswachstum ist, dass DAX-Konzerne mit mehreren Milliarden Hilfen unterstützt werden müssen. Ja, dass eine Lufthansa überlegt hat, eine Insolvenz, eine Planinsolvenz durchzuführen. Also das sind alles Dinge, die muss man wissen. Man muss sich damit beschäftigen. Ja, ich wollte euch damit nur mal kurz aufzeigen, was an der Börse so generell mal machbar ist. Und das ist wirklich richtig, richtig pervers. So, da kam noch ein Kommentar rein. Bastian, ich glaube, du bist das erste Mal heute drin. Ja, also ich kann das auf meinem kleinen Screen, weil meine Augen so schlecht sind. Ja, 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 definitiv. Wenn du im Trading-Business tätig bist, dann lässt sich mit fallenden Kursen extrem gutes Geld verdienen. Habe ich auch gemacht, ja. Nur der normale Anleger, der bisher an der Börse rumspielt, der setzt ja nicht im Trading auf fallende Kurse. Ja, wir müssen sagen, auf 100 Leute, die an der Börse irgendwie rumhantieren, kommt ein Trader, der aktiv tradet und der auch auf fallende Kurse mit CFDs etc. setzen kann. Und der kann mit fallenden Kursen hier in dem Abwärtstrend natürlich richtig gutes Geld verdienen. Ich freue mich auch, wenn es wieder bergab geht, weil ich selber damit auch Geld verdienen kann. So, nur wir müssen ja Wege und Mittel und Wege finden heutzutage. Okay, wie kann ein normaler Kunde mit einer cleveren Strategie, dass er sich nicht jeden Tag hinsetzt, eine Stunde, eine Dreiviertelstunde, zwei Stunden oder drei Stunden einen auf Daytrader macht? Weil die meisten haben ja nicht mal das Kapital, ich meine ganz ernst, das Kapital, sagen wir mal 100.000, 2.000, 3.000, 4.000, 500.000. Weil bei 200.000 Euro Vermögen reicht ja auch aus, wenn du ganz entspannt deine 5% Rendite machst im Monat beim Trading, was möglich ist. Dann hast du 10.000 Euro passiv, ist alles gut. Nur, dann gibt es Leute, die sagen, ich bin jetzt mit 5.000 Euro, wenn überhaupt, der Super-Trader und mein Ziel muss ja jetzt sein, dass der Zeiteinsatz auch wirklich argumentativ, oder dass man argumentieren kann, der muss ja mal 10% im Monat machen, dass er überhaupt einen Nebenjob von 500 Euro durchs Trading finanzieren kann. Und da muss ich immer schmunzeln, wenn dann Leute sagen, ich habe jetzt 2.000 Euro und ich möchte jetzt traden und haben davon aber überhaupt gar keinen Plan. So, aber das Klassische, was Leute kennen, ist, okay, wie kann ich denn mit Aktien Geld verdienen? So, das war jetzt aber mal nur kurzer Abriss über die Börse, was grundsätzlich machbar ist und ihr könnt mir gerne mal kurz reinschreiben, welches Invest haltet ihr oder würdet ihr gerne mal von mir ein Feedback haben, ob das extrem krisensicher ist oder nicht? Wir gehen heute auf keine klassischen Produkte ein, ja, das wird in meinem Videokurs ausführlich erklärt, also sprich auf wohlstandskanzlei.de findet ja jeder meinen kostenlosen Videokurs, drei Teile. Im zweiten Teil geht es um die ganzen Insider-Informationen über die Finanzindustrie und es sollte jedem klar sein, dass eine Lebensversicherung, ein Bausparvertrag, eine Rentenversicherung, auch ein vorgebundener Tarif, was es draußen gibt, eine betriebliche Altersvorsorge, ein Tagesgeldkund und Prämiensparer, werde ich heute nicht mal erwähnen, um darüber zu sprechen, ob das krisensicher ist. Auf keinen Fall. Die Dinger sind von vornherein zum Scheitern verurteilt. Warum? Weil sie die sieben Grundregeln einer guten Investition oder einer guten Anlage, wie reiche Menschen drauf achten, ja schon überhaupt nicht erfüllt. Die sieben Grundregeln sind, um mal ganz kurz, erziele ich eine vernünftige Rendite? Ja, nein. Vernünftige Rendite fängt ab 6, 8, 10, 12 Prozent zweistellig im Jahr überhaupt an. Ja, also unter 10 Prozent ist eigentlich schon kritisch, aber wenn ich ein solides Investment habe mit einem sehr geringen Risiko, dann sollte es trotzdem mal 6 bis 8 Prozent auf jeden Fall im Jahr machen. Alles darunter sind keine Investments, okay? Das sind Geldanlagen, das sind die Zinsen zum Grinsen, das sind Randerscheinungen von echten Gewinnen, hat damals schon der deutsche Bankchef gesagt. Und Zinsen sind Almosen, okay? Zinsen sind Almosen. Und dementsprechend macht es definitiv keinen Sinn, da Gelder drin liegen zu lassen. Das gleiche gilt für, wie gesagt, Prämiensparer und sonstigen Müll. Dementsprechend die sieben Grundregeln, also erstmal gute Rendite, zweitens sind die Gewinne steuerfrei. Ja, wenn du keine steuerfreien Gewinne realisieren kannst, halte ich für sehr, sehr, ja, unsexy, sage ich es mal ganz direkt, unsexy, weil man sehr viele Investments immer noch steuerfrei gestalten kann, beziehungsweise sind sie nach dem Einkommenssteuergesetz komplett steuerfrei. Ja, und dann gibt es viele, die sagen, ja, wie, was gibt es denn für steuerfreie Investments? Ja, das muss mir mal einer erklären. Aber Steuerfreiheit gibt es nur, wenn einer noch eine alte Kapitallebensversicherung hat, von vor 2005 abgeschlossen. Da sage ich mir halt immer, du kannst dich freuen über deine Steuerfreiheit, weil nicht vorhandene Gewinne sind sowieso steuerfrei oder steuerneutral. Ja, also wenn du keine Gewinne realisierst oder Zinsen zum Grinsen, dann brauchst du auf die fast keine Steuern bezahlen. Oder kannst mit deinem Steuerfreibetrag von 801 Euro, kannst du deinen Gewinn über die 20 Jahre ja sowieso freistellen lassen. Das nächste ist das Thema Inflationsschutz. Habe ich einen natürlichen Inflationsschutz, ja, aufgrund, dass die Ware gering ist und ich durch die Inflationierung hier, dieser Dollar zum Beispiel, ja, weil der Dollar, das ist halt einfach nichts wert, dass ich da, also das sind übrigens keine echten Dollars. Ich habe die hier für meine, für meine, hat die Tage einer gefragt, sind das echte Dollars? Ich habe gesagt, auf keinen Fall, ja, habe ich echte Dollars. Ist das für den Arsch, da kann ich mit meiner Pistole hier rumschießen. Wer es sehen will, dann mache ich es gerne, ansonsten ist das heute nur, liegen die halt da rum, ja, das habe ich für ein anderes Video noch gebraucht. Also, hat keinen Wert Inflationsschutz, wenn das nicht gegeben ist, dass ich immer mehr wertloses Geld für werthaltige Dinge investieren muss und meine Ware oder meine Dienstleistung oder mein Vermögenswert, den ich kaufe, mein Invest, inflationsgeschützt ist. Das ist die dritte Regel. Die vierte, ist das Ganze enteignungssicher oder besteht die Möglichkeit von Staat, Regierung, von Banken selbst, da drauf zuzugreifen oder auch, kann ja sein, nicht nur der Staat, wenn du irgendwann mal eine finanzielle Herausforderung hast oder arbeitslos wirst, kann ja alles passieren. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Vor zwölf Wochen hätten viele gesagt, ja, ich werde nicht arbeitslos, ja, dann kam Corona-Crash, Lockdown und plötzlich sind sie arbeitslos oder auf Kurzarbeit. Das geht sehr, sehr schnell. Es heißt enteignungssicher in der Form, dass keine Gläubiger drauf zugreifen kann. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn du heute arbeitslos wirst und gehst zum Arbeitsamt, dann sagen die erst mal, ah, sie haben noch eine Lebensversicherung mit 20.000, das reicht ihnen erst mal für die nächsten 14 Monate, 18 Monate zu überleben und dann dürfen sie wiederkommen. Also das ist einfach absoluter Schwachsinn. Absoluter Schwachsinn. Ich habe hier noch was vergessen. Dann das nächste, Währungsreformsicherheit. Was ist, wenn heute eine Währungsreform durchgeführt wird? Ja, werden einfach mal ein paar Nullen gestrichen. Es gibt einen Schuldenschnitt. Was ist dann von meinem Vermögen noch da? Jetzt fliegt hier eine Fliege rum, das hat man auch noch nie, oder? Was ist von meinem Vermögen noch da? Ist es Währungsreform geschützt? Das nächste, bin ich, ist das Ganze transparent? Das heißt, weiß ich, was ich mit meinem Geld überhaupt gekauft habe? Eine Ware oder eine Dienstleistung? Wie sind die Eigentumsverhältnisse? Ja, gebe ich jemandem Geld und schaue mal, was passiert? Oder bin ich Eigentümer einer Ware, einer Dienstleistung? Habe ich ein volles Controlling? Habe ich eine Transparenz? Das ist der sechste Punkt. Und das siebte ist natürlich die entscheidende Frage. Okay, bin ich damit ein Gewinner der Krise oder bin ich damit Verlierer einer Krise? Und gerade in so einem Corona-Crash oder wenn die Börsen alle zusammenbrechen oder wir haben Weltwirtschaftskrise, Lockdown, solche Verhältnisse. Ich meine, wir haben ja momentan Herausforderungen, die mit denen sehr viele einfach massive Probleme haben, weil sie gar nicht wissen, wie sollen sie damit umgehen. Die wenigsten machen sich momentan Gedanken über die Investments, weil sie sagen, ich muss erst mal schauen, wie kann ich aktuell Geld verdienen? Wie kann ich meinen Lebensstandard halten aufgrund der ganzen Sanktionen, die gefahren werden? Und im nächsten Schritt gibt es natürlich Menschen, die haben Kapital und sagen, okay, wie kann ich das jetzt schützen? So, jetzt schreibt gerne mal rein, irgendein Investment. Ich kann euch ja mal kurz sagen, welche ich mit euch im Schnelldurchlauf durchgehen werde. Wenn ich was vergessen habe, dann gerne sagen. Also Aktien, Immobilien, Gold, Silber, Platin, Palladium, strategische Metalle, Diamanten, direkte Unternehmen, Versorgung, Pflanzen, Infrastruktur, Technologie, Kunst, Uhren, Schmuck, Whisky, Business, Coaching, Weiterbildung, Autos, Luxus, Oldtimer, Auslandswährungen, Kleidung, Bitcoin oder grundsätzlich Kryptos. So, wenn ich was vergessen habe, schreibt es gerne rein. Ich hoffe, es schreibt jetzt keiner Bauchspartvertrag oder so rein. Ja, das werde ich dann nicht beantworten. Aber gerne schreibt mir mal was rein, was ihr noch meint, wo man davon ausgehen könnte, krisensicher und ihr meine Expertise dazu wollt. Fangen wir doch einfach mal an generell mit dem Aktienthema. Aktien gibt es natürlich wie Sand am Meer auf Fonds. Ich bin weniger, sage ich immer wieder, jeder der mich kennt, Aktien und Fonds, beziehungsweise bevor ich einen Fonds kaufe, würde ich tatsächlich, wenn ich in dem Börsenmarkt jetzt kein Händler bin mit CFDs oder Futures handeln, sondern dann würde ich gezielt Einzelaktien raussuchen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich aktuell Einzelaktien habe, jetzt gehen wir mal davon aus, im Zuge des Lockdowns, im Zuge der Corona-Krise, darf man eigentlich davon ausgehen, dass ein Unternehmen wie Amazon jetzt keine Probleme hatte, richtig? Ja, weil die meisten haben gesagt, ich kann nicht mehr einkaufen gehen, ich kann jetzt shoppen gehen, kaufe ich mein Zeug doch bei Amazon. Das heißt, Amazon macht weiterhin ordentliche Umsätze. Trotzdem hat die Aktie nachgegeben. Das bedeutet im Klartext, wenn so etwas passiert, sozusagen ein Börsencrash in so einem Ausmaß und da ist noch wirklich richtig gutes Potenzial insgesamt nach unten, dann ziehen auch wirklich solche Global Player und Blue Chip Unternehmen, ziehen da einfach mit. Oftmals nicht in diesem prozentualen Ausmaß, wie jetzt zum Beispiel eine Lufthansa oder eine Daimler-Aktie und, und, und. Das ist okay. Trotzdem habe ich erstmal einen buchhalterischen Verlust. Das heißt, oftmals geben auch diese Aktien nach. Jetzt dürfte davon ausgehen, wenn wir einfach einen größeren Crash haben, sagen wir mal im Schnitt von 50, 60 oder 70 Prozent, das ist in der aktuellen Situation, auch wenn es sich keiner vorstellen mag, ist das ohne Probleme drin. Wir hatten in den großen Crash-Zeiten Dotcom-Blase, dann 2003, tiefste Stände an der Börse beim DAX der letzten 10 Jahre war das zu dem Zeitpunkt, als die Flieger da falsch geparkt haben in den World Trade Center 2001, dann ging das erstmal auf Talfahrt. 2003 war dann der tiefste Stand, dann hatten wir die Rallye bis 2008, dann Finanzkrise, nochmal ein Crash. Dann gab es 2015 nochmal so einen ganz kleinen Einbruch, der war aber nur minimal und temporär sehr, sehr kurz. Aber insgesamt hatten wir jetzt eine extrem lange Rallye. Und in den großen Krisen waren die Einbrüche, obwohl die Krise nicht so groß war wie aktuell, waren teilweise 40, 50, 60 Prozent. Also sehr realistisch, dass so ein Markt ja auch mal 70 Prozent einbrechen kann, das ist überhaupt nicht wild. Ja, 70 Prozent bedeutet, der DAX kann halt auch mal fallen auf 3.000, 4.000 Punkte. Ja, dass der sich dann mit der Zeit auch wieder erholt über Jahre hinweg. Das war immer so, die Geschichte wird immer wieder wiederholt und das muss man einfach verstehen. Dementsprechend dann, wenn ein Kurs insgesamt 70 Prozent nachgibt, dann gibt es halt auch eine Amazon-Aktie oder eine Facebook-Aktie, die insgesamt relativ stabil sind. Oder Apple gibt halt trotzdem mal 20, 30 Prozent nach. Und die Frage ist, habe ich Bock drauf, dass mein Vermögen, wenn ich halt 100.000 habe oder 10.000 oder eine Million, buchhalterisch halt mal 20, 30, 40 Prozent nachgibt. Habe ich die Power, das mental durchzustehen? Habe ich Cash-Reserven, um nachzuschießen, um in Tranchen nachzukaufen? Weil das machen einfach sehr, sehr viele falsch. Das heißt, eine Aktie, eine Einzelaktie kann ein sehr krisensicheres Invest sein. Dann bedenken wir, wir hätten heute auch den Call machen können über Zoom. Ja, die Zoom-Aktie hat, die letzten Zahlen, die ich hatte, war in einem Jahr 7.500 Prozent. HelloFresh zum Beispiel hatte relativ gut performt. Das heißt, Lieferdienste von Essen, weil die Leute gesagt haben, ich will mit der Maskenpflicht, ich will da nicht einkaufen gehen, also lasse ich mir das Essen doch heimbringen. Habe ich weniger Stress, muss nicht anstehen. Ich habe zum Beispiel auch mein Einkaufsverhalten geändert. Ich gehe immer mittwochs und samstags komplett frisch mit dem lieben Lukas, fahren wir immer hier bei uns in Karlsruhe-Ettlingen. Wir sind hier fünf Minuten weg auf den Markt. Demeter-Stand, ganz frische Ware vom Metzger, Fisch, also alles Demeter-Ware. Richtig großes Kino, dann kaufe ich da ein. Ich habe gar keinen Bock mehr in den Laden reinzugehen. Ich habe sonst immer hauptsächlich bei Allnatur-Reihen gekauft. Und mir ist aber das Thema mittlerweile da alles zu dämlich, weil ich ja überall eh ohne Maske reingehe und denen dann erkläre, dass ich keine trage. Und es funktioniert seit der Maskenpflicht auch wunderbar. Jetzt gibt es wieder welche, die sagen, wie, der hat keine Maske. So ein Schweinepriester, der ist bestimmt dafür verantwortlich, dass hier der R-Wert sich wieder erhöht hat. Mag sein, also ich bin da ganz strikt der Gegner. Gibt übrigens auf YouTube auch ein schönes Video, wo ich erkläre, Business mit Masken, nein danke. Oder Cashflow mit Masken, nein danke. Weil ich das einfach unter ethischen Gesichtspunkten schon völlig, völlig hirnverbrannt finde. Und deswegen trage ich keine. Aber ihr seht, wenn eine Situation unangenehm wird, dann sucht man natürlich nach Lösungen. Ja, also muss man sich immer die Frage stellen und da hat Jeff Bezos mal ein sehr, sehr gutes Zitat gesagt. Er hat gesagt, investiert in Dinge, die die Welt komplett verändern, wo etwas revolutioniert wird, wo das Leben verbessert wird oder vereinfacht wird. Und Shaquille O'Neal, der ein oder andere kennt ihn, diesen Super-Basketballspieler, ehemaliger Top-Basketballspieler bei Los Angeles Lakers, früher mal Orlando Magic. Shaquille O'Neal hat gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo ich diesen Tipp von Jeff Bezos umgesetzt habe, hat sich mein Vermögen rasant vermehrt. Weil ich muss mir die Frage stellen, in Krisenzeiten, jetzt so Corona-Krise, Lockdown, egal was ist, es kann ja alles Mögliche passieren. Denn Einbrüche hier, was wird denn immer wieder gebraucht? Wisst ihr, wer Umsatz gemacht hat ohne Ende? Die ganzen Lebensmittel, also Supermärkte von Edeka über Rewe, egal was, über Real und, und, und. Ja, wo die Klopapier-Ekstase ausgebrochen ist, alles wurde leer gekauft, Hamsterkäufe, die haben Umsatz gemacht, dass es gerade so knallt. Weil es gibt einfach Dinge, die elementar wichtig und notwendig sind, ohne die nichts funktioniert. Und das ist nun mal Essen und Trinken, das ist Energieversorgung, Kommunikation, all diese Dinge sind relevant und wichtig. Ja, aber wenn da irgendwas reinkommt, Lukas, dann schreibst du mir gerade rein und ich kann das nicht lesen. Mhm. Okay, also, Einzelaktien besteht die Möglichkeit, ein krisensicheres Invest zu haben. Die Masse der, oder die Anzahl der meisten sind auf jeden Fall kein krisensicheres Invest. Das heißt, ja, definitiv nicht, viele, viele, viele Firmen sind davon abhängig, a, von sehr, sehr günstigen Zinsen, zweitens, von Wachstum, drittens, dass wir so eine Lockdown-Situation niemals haben. Überlegt mal, die ganze Tourismusbranche, komplett im Arsch. Die ganzen Hotelketten, pff, sagt mir, wer da jetzt irgendwie gut performt hat. Nix, ja, komplett im Arsch. Selbst ein Modelabel, Luxuslabel wie Philipp Plein, ja, der die letzten Jahre richtig, richtig hochskaliert hat, hat gesagt, hey, also wir haben durch den Shutdown 70% Umsatzeinbruch. Das ist ein bisschen was, ja, das ist ein bisschen was. Und deswegen hat er gesagt, ich zahle in Cannes und was weiß ich, in drei anderen Läden zahle ich keine Miete. Muss von 700 Mitarbeitern auf 500 reduzieren. Also das ist halt einfach so. Da kann ja keiner was machen. Restaurantbetriebe, Franchisingketten im Gastronomiebereich, die haben halt alle dadurch massive Probleme. Und bitte, der Lockdown, wie schnell der umgesetzt wurde, das war ja, zack, heute entschieden und so wurde es umgesetzt. Jetzt glaubt mir eins, jetzt wo die das einmal gemacht haben, wenn denn irgendwas nicht passt, dann wird es das wiedergeben. Dann gibt es Ausgangssperren, dann darf man denn da rumlaufen, dann kommen die Cops und, ja. So, was, Bastian, Lebensmittel und für Gaming haben die Leute auch immer Geld, denn irgendwas müssen sie sich ja gönnen. Ja, total. Also gerade der Gaming-Markt ist sowieso Lebensmittel, völlig richtig, was Bastian sagt. Gaming-Markt ist natürlich Monster-Markt. Der Spiele-Markt, gerade Online-Spiele-Markt, der hat natürlich geboomt. Und was auch boomt ohne Ende in so Situationen, wenn halt Lockdown ist, sind zum Beispiel, ja, Pornoplattformen, ja. Also das ist so, die die Leute, klar, wenn der verheiratete Ehemann jetzt daheim sitzt und guckt es sich dann halt heimlich an oder so. Aber wenn der nicht raus darf oder irgendwas, dann, ihr wisst, was ich meine, dann macht er sich natürlich Gedanken. Das heißt, diese ganzen Pornoplattformen, Dating-Plattformen, Chat-Plattformen, all das, was sowieso auch immer boomt, boomt natürlich in so Situationen noch mehr. Das heißt, ich muss mir ernsthaft Gedanken machen, okay, was ist krisensicher? Und gerade Dating, Sex, Gaming, dass die Leute Brot und Spiele, ist halt so, ja. Das hat im Kaiserreich funktioniert, schon egal, bei den Römern damals, also Sex und Spiele, Brot und Spiele, what else? So, die Gihan fragt, was werden die Unternehmensbranchen in der Zukunft sein, nach den Big Five, Apple, Alphabet, Amazon, etc., Wasser, pflanzliche Produkte, ja, komme ich gleich noch drauf. Also, ja, man muss sich die Frage stellen, auch so wie Jeff Bezos sagt, welche Dinge werden in der Zukunft die Welt verändern? Ja, also, wer heute noch in irgendeiner Form Offline-Werbung macht, Zeitungsinserate, der ist seit 20 Jahren in einem Muster gefangen, wo man sagt, du hast den Schuss nicht gehört. Weil ich heute in sozialen Medien mit weniger Geld komplett tracken kann, ich habe es komplett skalierbar, ich kann alles entsprechend, habe ein Controlling drüber und kann eine Zielgruppe perfekt definieren. Also, warum sollte ich diese Werbung machen? Offline, das ist schon, schon hirnverbrannt, ja, also, sagen wir mal, für einen mittelständischen Betrieb, wenn er die Entscheidung treffen kann. Wenn ich jetzt anschaue, große Konzerne, ja, also die ganzen Luxus-Labels oder große Automobilindustrie, dass die natürlich ein Werbebudget haben, Milliarden haben, um einmal in Influencer-Marketing, Online-Marketing, Social-Media-Marketing reinzumachen, aber auch ein Budget und sagen, wir gehen auch noch in Offline-Werbung, weil wir halt aus Prestige da auch noch präsent sein wollen. Ja, aber prozentual hat sich einfach sehr, sehr viel verlagert. Und ich muss mir ja nur die Frage stellen, was ist denn notwendig in der aktuellen Krise, was wird ständig benötigt? Wir brauchen viele Automatisierungsprozesse, wir brauchen Digitalisierung, also Firmen wie Zoom, Skype, zum Beispiel Landingpage-Anbieter, Business, E-Commerce-Shops, alles, wenn ich ein Offline-Business habe und muss es plötzlich online versuchen, zu monetarisieren, sprich da Geld zu verdienen, weil ich bisher nur offline gearbeitet habe. Das heißt, da ist ein riesen Zulauf. Ja, Homepage-Anbieter, Baukastensysteme und, 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 ja, weil die Leute natürlich aufgrund einer Drucksituation komplett umdenken müssen. Und das ist so. Auch die Streaming-Plattformen, ob das YouTube war, Vimeo, die haben ja teilweise in Europa die Streaming-Leistung reduziert, weil so viele Menschen ja den ganzen Tag plötzlich nur noch online waren. Ja, Facebook wird sein Ding machen. Ja, wir sind hier in Facebook. Die Leute waren, das ist interessant, die Werbekosten sind bei Facebook geringer geworden, aber ich habe gleichzeitig dreimal mehr Menschen erreicht. Ja, wie geil ist das denn? Also wer in der Zeit nicht wirbt auf Facebook, ja, wer nicht wirbt, der stirbt. So sagt man ja so schön. Also, jetzt gehen wir mal rein. Also Aktienfonds, grundsätzlich, wenn es hart auf hart kommt, dann bin ich mit Aktien oftmals auch kurzfristig der Verlierer. Wenn ich long-term denke, kann ich es wieder reinholen. Die Frage ist halt immer, wie alt bin ich, wie viel Zeit habe ich. Aber als wirklich super krisensicheres Investment, wo es alles crashen kann, auch in der Währungsreform damals, Hyperinflation, die Aktien haben nicht so mitperformt wie eine Hyperinflation und dann hat man auch als Aktionär relativ viel Geld verloren. Also, solange noch alles im grünen Bereich ist, kann man damit Geld verdienen. Wenn es mal richtig knallt, dann werde ich selbst mit Aktien auf jeden Fall Herausforderungen und Probleme haben. So, jetzt müssen wir auf meine Uhr gucken. Das heißt, Aktien und Fonds habe ich erst mal abgehakt. So, Immobilien. Immobilien ist natürlich ein interessantes Thema. Immobilienpreise, wir gehen jetzt mal nur von Deutschland aus, letzten zwölf Jahre. Jetzt, diese Flieger, ich werde verrückt. Ich schieße die gleich ab mit meiner Pistole hier. Also, Immobilien, letzte zwölf Jahre natürlich, die Preise nur gestiegen. Richtig gut performt. So, jetzt ist die Frage, sind jetzt Immobilien absolut krisensicher? Ja, der Vorteil ist, wenn ich eine Immobilie habe, zur Kapitalanlage, jetzt sprechen wir mal von der Kapitalanlage, durch Mieteinnahmen, Steuervorteile, zahlt mir natürlich diese zwei Parteien einen Großteil der Immobilie ab. Herr Cihan fragt noch, Wasserstoff? Ja, ich schreibe es mal auf, Wasserstoff. Ah, ich schreibe es noch auf, Rohstoff als solches Öl natürlich. Ja, also, Entschuldigung. Immobilien. Jetzt kam natürlich das Thema auf, ihr müsst eines wissen, der Mieter wird immer geschützt. Wir haben in Deutschland einen extremen Mieterschutz. Mieterschutz, das heißt, wenn es hart auf hart kommt, so wie jetzt, 1. April, die Mieten müssen grundsätzlich nicht bezahlt werden. Also, zumindest, man kann nicht gekündigt werden, wenn man keine Miete bezahlt. Ja, so ist es richtig ausgedrückt. Dann kann man die Miete Stunden bis 2022 entsprechend noch bezahlen. Nur, da seht ihr, die Immobilie ist zwar da, wenn jetzt eine Währungsreform kommt, ein großer Crash kommt und Leute sehr immobilienlastig sind und die Miete ausfällt und die Banken eventuell nicht mitspielen und sagen, ja, kein Problem, wir Stunden das, genauso wie die Miete und ich habe viele Immobilien, dann renne ich natürlich der Sache immer hinterher, weil die Bank will auf jeden Fall schneller das Geld von dir nach der Stundung, als der Mieter bereit ist, das zu bezahlen. Vor allem, wenn der in Kurzarbeit ist, der ist arbeitslos geworden, dann wird es halt einfach schwierig, dass du dann eine Miete bekommst. Und dann gibt es natürlich noch das Thema Ferienimmobilien. Das ist auch so ein ganz spannendes Thema. Also, die Immobilie selber krisensichern nicht wirklich, zumal momentan ja das Thema im Bundestag schon eingereicht wurde bezüglich der Vermögensabgabe. Wir hatten damals 1952 bis 1956 das Thema Lastenausgleichsgesetz und Zwangshypothek. Da hat man die Immobilienbesitzer dann mal wirklich richtig gepackt. Es gibt einen riesen Unterschied, ob meine Immobilie lastenfrei ist. Das kann Vorteile mit sich bringen. Wenn da noch eine Restschuld drauf ist, dann habe ich natürlich das doppelte Risiko. Einmal die Schulden bei der Bank, ein Mietausfall aufgrund von Situationen, wie wir jetzt haben in Krisenzeiten und dass im Zuge einer Währungsreform oftmals die Guthaben anders bewertet werden als die Schulden. Und das ist auch ein Grund. Also, ich schaue da immer über den Tellerrand. Momentan wird durch Helikoptergeld, durch KfW, Fördermittel, Darlehen, wird Geld verschenkt zu Minizinsen. Es wird Geld verschenkt, eh, du musst ein Jahr gar nicht bezahlen und dann fünf Jahre. Und das hat ja seinen Grund. Spätestens, wenn man Geld sozusagen geschenkt bekommt, sollte man verstehen, dass das genauso viel Wert hat wie diese Dollarscheine hier für meine Pistole. Und wenn es dann hart auf hart kommt, dann bin ich meine Schulden nicht los. Aber das Guthaben, also sprich Guthaben wird abgewertet, was ich habe, aber Schulden werden entsprechend anders berechnet. Entschuldigung. Voll der Frosch im Hals. Also, mit Immobilien kommen wir relativ immer sehr sicher durch eine normale Krise. Worst-Case-Szenarien, wie wir sie jetzt haben, bei einem richtigen Crash, könnte es sein, dass sehr viele Immobilienbesitzer ihre Immobilien notgedrungen verkaufen müssen. Auch das haben wir ja gesehen. In den USA damals, als die Immobilienblas geplatzt ist, in Portugal, in Spanien, an der Küste, überall wurden ordentlich Immobilien verkauft. In Deutschland sind die Immobilienpreise relativ stabil, sind auch nie so massiv angestiegen wie in anderen Ländern. Finde ich meines Erachtens auch im internationalen Vergleich, sind die nicht teuer oder überbewertet. Und trotzdem, wenn es hart auf hart kommt, wissen wir nicht, was passiert. Wenn eine Vermögensabgabe kommt, wenn eine Zwangshypothek kommt, werden viele massive Probleme haben. Und grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, Immobilienbesitz zu enteignen. Eignen, ja, also die Chance besteht ohne Probleme. Artikel 14 im Grundgesetz, Eigentum verpflichtet und kann zum Wohle der Allgemeinheit jederzeit enteignet werden. Auf freie Grundschulden können Zwangshypotheken eingetragen werden. Also diese Option besteht in jedem Fall. Ja, ich schreibe jetzt trotzdem mal diese Sachen auch auf. Also Aktien mache ich jetzt mal ein neutrales Zeichen. Ja, neutral, weil es ist der Vorteil bei Aktien, wenn man einen guten Broker hat und so weiter, relativ günstige Kostenstruktur, aber einfach mal neutral. Also man kann, wenn man es richtig macht, ist man Krisengewinner, wenn man es falsch macht, auf jeden Fall Krisenverlierer, deswegen mal neutral. Immobilien mache ich auch mal ein neutrales Zeichen. Relativ, relativ, wenn man ein weitgefächertes Portfolio hat, dann kann man sich da relativ gut schützen. Ansonsten könnte das schon gefährlich sein, wenn man hauptsächlich nur Immobilien hat, dann kann es in der Krise da richtig, richtig brennen. So, das nächste, was wir haben, ist das Thema Gold. Ja, das mache ich jetzt einfach mal gelb. Also bei Gold muss man ganz klar sagen, Gold ist seit zweieinhalb tausend Jahren eine Währung. Eigentlich seit 5000 Jahren, aber wir sagen mal seit zweieinhalb tausend Jahren. In den Chroniken von König Nebukadnezar steht schon drin, dass ich mit einer Unze Gold eine Familie für ein Jahr komplett ernähren kann. Mit jedem Tag ein Laib Brot. Und wenn ich das heute umrechne, was bei 1515 Euro, wenn ich das nur 365 Tage rechne, dann darf der Laib Brot ja sogar mehr kosten als 4 Euro. Ich denke, für 4 Euro bekommt man aktuell jeden Tag ein Laib Brot. Das ist überhaupt kein Problem. Außer ihr habt andere Preise. Ich weiß nicht, was für Brot ihr kauft. Aber es ist auch seit der Einführung oder Abschaffung des Gold-Dollar-Standards 1971 durch Präsident Nixon, Gold hat die Inflation immer ausgeglichen. Das heißt, ich kann mit Gold seit 2000 Jahren immer die gleiche Ware kaufen. Es spielt überhaupt keine Rolle. Es ist komplett inflationsgeschützt. Der Vorteil von Gold ist, weil es eine Währung ist, dass ich sowohl bei der Scheideanstalt, beim Goldhändler mit sehr, sehr geringen Spreads, das heißt Aufschläge, kann ich kaufen. Ich würde jetzt natürlich keine Grammbarren kaufen. Da ist der Spread, sprich der Mindermengenausschlag hoch. Aber wenn ich jetzt eine 20-Grammbarren kaufe oder eine Unze, 50-Gramm, 100 Gramm, ist alles relativ entspannt. Wenn es mir darum geht, deswegen sage ich extrem krisensichere Investments, muss man natürlich schauen, wie man es macht. Wenn ich Kapital konservieren möchte, ich möchte es reinschützen vor einem Crash, dann ist Gold auf jeden Fall ein Garant dafür, dass ich nichts falsch machen kann, weil ich mit dem Gold nach einer Krise kann ich auf jeden Fall wieder das Gleiche kaufen wie zuvor, egal was crasht. Ja, Gold ist im Prinzip, sage ich immer, wie eine Feuerversicherung für deine Immobilie. So, und die kaufst du oder du schließt eine Feuerversicherung ab und freust dich, wenn es nicht brennt. Aber Fakt ist eins, wenn es brennt, wenn es richtig knallt, dann ist es abgesichert. Und nur weil es nicht brennt, kündigst du ja auch nicht deine Feuerversicherung. Das heißt, Gold ist für mich definitiv, auch mit den aktuellen Zahlen, Daten, Fakten, auf jeden Fall ein extrem krisensicheres Investment. Das hat man in jedem Land der Welt gesehen. Egal wo Hyperinflationen waren, wo Währungscrashs waren, mit Gold warst du immer richtig gut positioniert. Unser ältester Mitarbeiter, der letztes Jahr bei uns oder von uns verstorben ist, 95 Jahre alt, der war noch aktiver Pilot, hat eine eigene Maschine gehabt, macht Luftbild oder hat Luftbildaufnahmen für Unternehmen gemacht. Der war 1923 geboren bei der Hyperinflation und 1948 bei der Währungsreform in Deutschland, war der 25 Jahre alt. Und er hat uns auch immer bestätigt, was wir immer erzählt haben durch Recherchen. Man konnte damals mit 5 Gramm Gold, konnte ich ein komplettes Einfamilienhaus kaufen im Wert von 500.000 Mark. Das heißt, es spielt in der Regel auch gar keine Rolle, wie der Kurs ist von Gold, weil auch das kann entsprechend einfach manipuliert werden, sondern wir haben einfach einen Papiermarkt und wir haben einen physischen Markt. Und der ist nicht deckungsgleich. Das heißt, im wirklichen Krisenszenario, in Crashs, hat das Gold eine ganz andere Kaufkraft. Teilweise das Fünffache, das Zehnfache, das Zwanzigfache, wenn es richtig crasht, im Schnitt das Dreiundzwanzigfache. Und somit ist das für mich als extrem krisensicheres Investment, auch von der Kostenstruktur, wenn ich es kaufe, sehr überschaubar. Ich habe keine Mehrwertsteuer drauf. Ich kann steuerfreie Gewinne realisieren, sprich nach einem Jahr sind alle Wertzuwächse, wenn ich wieder verkaufe, steuerfrei. Und dementsprechend ein absolut intelligentes Invest, was man im Portfolio haben sollte. Was wichtig ist einzukalkulieren? Es kann grundsätzlich, weil Gold eine Währung ist, immer zu einem Erwerbs- und Handelsverbot kommen. Das heißt, dass der Erwerb untersagt ist, dass man kauft und gleichzeitig, dass es vom Handel ausgesetzt wird, dass es verboten wird, dass man damit Güter und Dienstleistungen erwerbt. Das gab es schon. Es gab in Deutschland noch kein Goldverbot. Das wird immer erzählt. Das ist falsch. Es gab ein Erwerbs- und Handelsverbot. Das ist korrekt. Aber kein Goldverbot, dass man Gold zwangsläufig abgeben musste, sonst wird man erschossen oder eingesperrt. Das ist nicht der Fall. Das war in anderen Ländern der Fall. Aber Gold auf jeden Fall ein extrem krisensicheres Investment. Dann, was sagst du zu Graphen? Ich schreibe es mal auf. Früher haben manche gesagt Graphen, aber das stimmt ja nicht. Graphen kann ich dir sagen, ich kann das auch abhaken, ich habe es mir jetzt notiert, bin ich zu wenig informiert, ist ja wohl ein sensationeller Stoff, der für viele Technologien auch mittlerweile eingesetzt wird. Aber ich selber habe mich darüber zu wenig informiert. Das gleiche ist zum Beispiel Rhodium. Rhodium hat allein im letzten Jahr ist der Preis mal ganz entspannt von 1500 Euro auf 12.000 Euro, die Unze gestiegen. Das wäre mal eine sensationelle Monster-Rendite gewesen. Ja, und keiner hat es auf dem Schirm. Ich sehe es immer nur bei meinem Edelmetallhändler im Online-Shop, weil die relativ viel Rhodium an- und verkaufen. Und dann denke ich mir, Rhodium, ja. Hatte ich sogar mal einen Geschäftsbanner, der hat gesagt, Tobias, ich habe viel Rhodium, willst du kaufen, 2000 Euro? Und ich habe gesagt, hoa, 2000 Euro, das Allzeithoch war mal bei 2,5, war auch schon wieder sehr stark gefallen. Und deswegen, Chance-Risiko-Verhältnis, bin ich aus der Nummer raus gewesen. Ja, hätte ich mal gewusst, dass das Ding auf 12.000 Euro geht, dann hätte ich Rhodium gekauft. Vielleicht kann der eine oder andere mal gerade parallel schauen auf gold.de oder auf ESG. Vielleicht, Lukas, kannst du parallel mal schauen, was der Rhodium-Preis aktuell ist. Würde mich interessieren. Wobei, nee, warte. Nee, nee, warte kurz. Rhodium-Preis. Hier sind einige Ergebnisse aus dem Web. Rhodium-Preis heute, ja, jetzt schon wieder. Bei 12.000 Euro war der, jetzt bei 7.370 Euro. 7.370 Euro. Also hat es sich entwickelt. Best Case war, ja, bei 12.000. Also als ich da geguckt hatte, war das der höchste Kurs. Da hätten wir mal verkaufen sollen. Aber vorher muss man natürlich einkaufen. So, jetzt gehen wir rein in Silber. So, Silber. Silber, eins der wertvollsten Metalle überhaupt. Also nicht zum Preis, aber für die Anwendungsgebiete. Silber ist ja gleichzeitig nicht nur ein Edelmetall und Zahlungsmittel, sondern ein Zwittermetall, ein wichtiges Industriemetall. Also, da Mehrwertsteuer drauf ist, habe ich einen großen Vorteil, dass es in der Vergangenheit noch nie verboten wurde. Also weder Erwerbs-, Handelsverbote, Silberverbote, weil in der Industrie wird es sehr, sehr stark verwendet. Silber ist im Verhältnis zu Gold sehr stark unterbewertet. Es gibt einen sogenannten Gold-Silber-Ratio. Da sieht man, wie viele Silbermünzen brauche ich denn, um eine Goldmünze kaufen zu können. Ich habe hier wieder meine 1 Kilo Silbermünze. Davon habe ich ein paar. So, ich habe auch viele Unsen, aber die sieht man in der Kamera nie. Also Silbermünze. Und es ist wirklich sehr unterbewertet, weil der Preis so günstig ist, ist es volatiler als Gold. Das heißt, die Märkte sind natürlich insgesamt auch einfacher zu manipulieren. Trotzdem ist der Vorteil, weil es verhältnismäßig so günstig ist, kann ich natürlich sehr, sehr viele Unsen kaufen. Preis aktuell so 21, 22 Euro und hat natürlich relativ hohe Aufschläge momentan zum echten Preis an der Börse mit knapp 16, 16, 17 Dollar. Und trotzdem ist es ein mega krisensicheres Investment, vor allem im Zuge einer Hyperinflation. Ja, weil ich Silber natürlich sehr, sehr schnell als Zahlungsmittel einsetzen kann. In Venezuela, Libanon zum Beispiel, Venezuela Hyperinflation kann man mit einer Silbermünze eine Familie für sechs Monate ernähren, weil es so eine starke Kaufkraft hat. Also Silber, trotzdem im Verhältnis minimale Aufschläge, weil es natürlich ein Metall ist, wo halt so schnell durchgeschleust wird. Wenn ich so eine Kilomünze kaufe und wieder verkaufen will beim Händler, habe ich natürlich auch einen Spread. Aber verhältnismäßig ist der noch in einem Bereich, der ist in Ordnung. Da sprechen wir vielleicht von, ich sag mal, zehn Prozent, fünf bis zehn Prozent. Ja, das kann ich aufgrund in einer Krisensituation natürlich reinholen. Vor allem als, ja, sag mal wieder, auch wie eine Feuerversicherung, wenn es richtig knallt, habe ich einen großen Vorteil. Jeder braucht zu Hause Silbermünzen, definitiv. Mein Tipp ist immer so, für 2000 Euro 100 Silbermünzen zu Hause. Da ist man gut positioniert, wenn es mal richtig knallt. Und der Rest, alles darüber hinaus zu Großhandelskonditionen in ein Zollfreilager eingelagert, macht Sinn. Auch hier ist natürlich so, Silber kann ich große, große Mengen kaufen. Ich habe natürlich dann auch immer in einem Zollfreilager Lagerkosten. Auch bei jedem Invest muss ich immer die Kostenstrukturen, muss ich natürlich einkalkulieren. Ja, bei Aktien, meine Kostenstruktur ist sehr gering, ist prozentual von meinem Depotwert. Das ist natürlich auch immer so eine ganz heikle Geschichte, weil ich in der Regel auf meinen Fonds oder meine Aktien auf meinen Depotwert die Gebühren bezahle. Ja, ist der Depotwert hoch und ich zahle 1,5 Prozent Gebühr und jetzt fällt der Kurs, habe ich es halt dafür bezahlt einmal im Jahr. Und das tut halt richtig weh. Also Silber in meinen Augen auf jeden Fall ein extrem, extrem krisensicheres Investment. Ja, dann gehen wir rein und zwar auf das Thema Platin. Platin und Palladium, zwei absolut traumhafte Metalle. Also ich bin ein riesen Fan von Palladium. Platin und Palladium haben beide etwa die gleiche Tonnenanzahl, 220 respektive 240 Tonnen Weltjahresproduktion. Und es heißt extrem rare Metalle. Auch hier wieder Edelmetalle, gleichzeitig aber auch Industriemetalle. Aber wir werten sie mal ein in den Bereich der vier Edelmetalle, sprich Gold, Silber, Platin, Palladium. So, ich habe zum Beispiel, Palladium ist die letzten Jahre im Preis rasant gestiegen. Platin, was mal teurer war als Gold, ist sehr, sehr stark gefallen. Das heißt, es gibt halt immer wieder verschiedene Anwendungsgebiete und manche Metalle in diesem Bereich werden halt ersetzt. Oder man findet raus, dafür ist es notwendig, dafür nimmer, dafür nimmer lieber ein anderes Metall. Man spricht hier von sogenannter Substitution. Und wenn diese zwei Metalle natürlich einen Markt, wo sie sehr stark eingesetzt werden, wenn dieser Markt zum Beispiel wegfällt, dann sagt man, oh verdammt. Der Palladium-Preis ist aus einem Grund zum Beispiel sehr stark gestiegen. Und zwar, weil in China gab es irgendwann mal ein Gesetz, dass die Fahrzeuge jetzt zwingend einen Katalysator brauchen. Die sind vorher ohne Kat, ohne Katalysator rumgefahren. Und als das eingeführt wurde und man braucht für die Katalysatoren halt zwingend ein Teil Palladium, damit ist die Nachfrage sehr stark gestiegen und natürlich der Preis ist auch explodiert. Ja, also ich habe 2016, mein Ehering zum Beispiel ist aus Palladium, hatte ich schon so einen Riecher. Ich habe zu meiner Frau gesagt, damals Gold wollten wir nicht. Silber kam nicht in Frage, kauft ja keiner einen Ehering in Silber. Sie so, ja, lass uns Platin kaufen. Das sage ich, nee, auf keinen Fall kaufen wir Platin, wir kaufen Palladium-Ringe. Jetzt sagt sie, Palladium, das ist Metall, hat den nicht mal gekannt. Ich sage, lass uns mal Palladium-Ringe kaufen. Seitdem hat sich der Preis vervierfacht. Ja, das heißt, zumindest die Eheringe haben sich vervierfacht. Sonst nach der Ehe, in der Ehe hat sich nichts vervierfacht, außer die Kosten. Aber der Ring hat auf jeden Fall, die Ringe haben gut performt. So, der einzige Nachteil hier ist, dass wenn du das direkt kaufst beim Edelmetallhändler, dass du massive Aufschläge hast bei diesen Metallen. Teilweise 30, 40, 50 Prozent. In Corona-Zeiten gab es Aufschläge bis zu 100 Prozent. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Vor allem, wenn du das kaufst und willst es wieder zurückkaufen oder verkaufen, dann was für eine Performance sollen die Metalle denn jetzt erzielen, dass du da wieder Null auf Null kommst. Nur ein Scheiß-Anlageberater sagt zu dir, ja mach das mal, kauf und das wird schon. Ja, das holst du über die Wertsteigerung schon rein. Ja, ganz ehrlich. Also, wer heute auch eine Immobilie auf Mallorca kauft mit 20 Prozent Nebenkosten und zahlt dafür eine Million und zahlt 200.000 Euro nur für den Kauf der Immobilie, ja, wie lange soll denn da jetzt einer mieten bei einer Millionen-Immobilie, bis sich die Kosten amortisiert haben? Das ist einfach dumm, okay? Das ist einfach dumm. Vor allem so eine Ferienvilla, wenn wir da nochmal draufgehen, hat so viel Kosten außenrum, wo ständig gepflegt werden muss, Controlling, hätte ich überhaupt keinen Bock drauf, ja, definitiv nicht. Das ist, ich habe sehr viele, die solche Immobilien haben. Keiner hat jemals gesagt, das ist ein gewinnbringendes Investment, ja. Es sind, wenn es gut läuft, Nullläufer. Das ist genau wie die Yachten. Deswegen, Yacht habe ich noch draufgeschrieben. Ich glaube, es hat jetzt keiner vor, eine Yacht zu kaufen. Damit machst du keinen Gewinn, ja. Wenn du richtig gut bist, kriegst du sie so oft verchartert, dass es ein Nullläufer wird und dann bist du absolut top. Dann warst du aber selber auf der Yacht im ganzen Jahr auch kaum, ja. Das ist einfach so. Ja, also, Platin, Palladium sind als solches krisensichere Investments, wenn ich davon ausgehe, ich schütze mein Kapital von der Währungsreform, weil ich tausche Geld gegen echte Ware. Wenn es darum geht, jetzt Rendite zu machen, dann komme ich an einem Großhandelskonditionen im Zollfreilager überhaupt nicht vorbei, weil ich kleinere Stückelungen, kleinere Barren einfach zu hohe Aufschläge haben. Deswegen muss man das über den Weg machen. Wenn es aber nur um krisensicheres Investment geht, um sich komplett zu schützen, zu konservieren, dann ist Gold und Silber der richtige Weg, dann ist Platin und Palladium genauso neutral wie diese zwei Dinge, weil es natürlich immer darauf ankommt, wann kaufe ich und wann verkaufe ich natürlich wieder. Das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, komm, wir machen erstmal, bevor wir strategische Metalle machen, machen wir mal Bitcoin und Kryptos. Bitcoin ist natürlich eines der sensationellsten digitalen Mittel, um sein Geld aus dem klassischen Geldsystem rauszulösen. Okay, das ist wichtig zu verstehen. Bitcoin ist die größte Leitwährung für Kryptowährungen und wenn man sieht, wie die Entwicklung ist, also wirklich die Entwicklung bargeldloser Verkehr, digitaler Verkehr, komplette Überwachung, dann sind Kryptowährungen natürlich dafür sehr, sehr interessant. Und wenn heute ein Crash ist, eine Währungsreform oder Sonstiges, dann ist Bitcoin als digitales Zahlungsmittel natürlich sehr, sehr interessant, weil die Möglichkeit besteht, dass immer mehr Menschen in diesem Bereich auch weiter investieren werden. Das heißt, der Markt insgesamt ist noch sehr, sehr klein, er war ja schon mal viel, viel höher, war schon mal fast bei einer Billion Dollar, bewegt sich jetzt aktuell, ich weiß gar nicht, vielleicht könntest du gerade parallel schauen auf CoinMarketCap, wie die Marktkapitalisierung ist, will jetzt nichts Falsches sagen. Und, aber auch der Bitcoin, als so die Börsen gecrashed haben, ist auch einmal kurz runtergerauscht, aber, und das ist auch ein großer Vorteil, ein Bitcoin oder Kryptomärkte sind so volatil, dass sie sich schnell erholen können. Das heißt, der rauscht runter von 8.000 auf 3 und kann sein, in 2, 3 Wochen ist er einfach wieder auf 8.000. Ja, das muss man natürlich verdauen, man muss eine clevere Strategie besitzen. Ich habe selber ja auch so eine Bitcoin-Handelsgruppe, wo ich Tipps gebe, wann kaufen, wann verkaufen, wann in Branchen reingehen. Wie ist denn die Marktkapitalisierung? Oder 1 oder? Achso, nur Bitcoin. Aber generell, ganz oben steht die Zahl, Marktcap, also alle Kryptowährungen? 278. 278 Milliarden US-Dollar. Das ist natürlich absoluter Pipifax, ist zwar eine Riesenzahl, aber zu Derivaten und Devisenmärkte, wo jeden Tag 4 Billionen Dollar gehandelt werden und wir einen Devisen-Derivatemarkt haben von 1.500 Billionen, ja, ist das natürlich relativ wenig. Ja, ist natürlich relativ wenig. Und dementsprechend können Großinvestoren die Märkte natürlich auch komplett manipulieren. Ihr müsst eins bedenken, das Vermögen von Jeff Bezos allein würde ausreichen, wenn er sagt, ich kaufe jetzt einfach zu dem Zeitpunkt aktuell alle Bitcoins, was es gibt, dann könnte er das tun. Also wenn der Lust hat, Preise zu manipulieren oder andere Großinvestoren, da ist da viel Musik drin. Ich gehe ja davon aus, aber dass der Kryptomarkt insgesamt zerstörer groß werden wird. Und somit ist es für mich neben dem klassischen, also neben dem Geldsystem als Schutz in einen digitalen Vermögenswert mit vor allem, und das ist wichtig, extrem geringe Kosten. Weil ich habe nur Kosten, wenn ich den Bitcoin kaufe, Pille-Palle und beim Verkauf Pille-Palle. Ja, je nachdem über welche Plattform ich das mache, habe ich dann vielleicht 0,2, 0,1 bis 0,4 Prozent Kosten. Und das ist natürlich sehr, sehr gering. Vor allem bei der Volatilität, Preisschwankung, kann ich die Kostenstruktur natürlich sehr, sehr schnell wieder rausholen. Also ich habe zum Beispiel vor drei Wochen Bitcoin Cash gekauft bei 206 Euro und habe vor drei Tagen verkauft bei 239 Euro. Das heißt, jeder kann sich Rendite ausrechnen. Das ist eine sehr schöne Rendite. In wenigen Tagen habe ich mit einem Trade entsprechend realisiert. Und dann ist, ich habe gekauft und dann ist der Kurs runter. Also nicht, weil ich verkauft habe, also wo ich verkauft habe, ist der Kurs runter. Das war einfach gerade Glück, weil ich gesehen habe, wie ist die Entwicklung und dann habe ich halt zum richtigen Zeitpunkt verkauft. Bei Bitcoin hatte ich auch damals Glück, habe ich bei 20.000 Dollar verkauft und 2015 bei 200 Euro gekauft. Also Bitcoin für mich, sagen wir mal, plus, plus, minus, ja, neutral bis extrem krisensicher, ja, weil in der Krise, wenn dann Bargeldverbot kommt oder sonstigem Schnickschnack oder man hier mit Bargeld nicht mehr bezahlen kann, dann habe ich natürlich einen sehr, sehr interessanten digitalen Wertspeicher. Es gibt über 5.800 Kryptowährungen aktuell. Wir sprechen mal nur von Bitcoin. Es gibt auch ein paar interessante Infrastrukturprojekte. Wir haben selber auch eins im Portfolio, wo wir sehr, sehr gerne empfehlen und vermarkten. Und ansonsten kann man sagen, dass 98% aller Kryptos völlig für den Arsch sind. Macht euch da keine Gedanken. Man kann genug Performance und Rendite machen mit dem Bitcoin oder mit zwei, drei anderen Kryptos. Aber das ist auf jeden Fall mal eine sehr, sehr interessante Geschichte. So, dann haben wir strategische Metalle. Strategische Metalle. So, strategische Metalle sind zum Beispiel, ich habe was hier, das ist zum Beispiel ein Kilo Indium. Ja, Indium. Was haben wir noch hier? Wismut sind 1,25 Kilo. So sieht Wismut aus. Ja, so muss ich immer noch einem lieben Mandant, Freund mittlerweile danken, der mir diese Metalle nämlich geschenkt hat, weil der hat ja einfach blind links nach meinem Videokurs einfach gekauft. bringt ihm natürlich überhaupt nichts. Also auch an der Stelle, man kann Fehler machen. Wenn ich euch jetzt sage, das sind krisensichere Investments und ihr geht jetzt in irgendeinen Shop und kauft das so, dann könnt ihr davon ausgehen, das Geld habt ihr einfach zum Fenster rausgeworfen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil ihr bekommt das in der Form nie wieder verkauft. Weil strategische Industriemetalle sind wichtig für die Industrie und werden auch von der Industrie gekauft. Also brauche ich die natürlich in einem Zollfreilager über einen Großhändler, der das professionell kauft. Wir arbeiten mit einem Anbieter, da lagern momentan 700 Tonnen Material. Wir versorgen komplett Europa. Die Infrastruktur mit diesen strategischen Rohstoffen ist das größte Lager weltweit im Privateigentum von Investoren und Eigentümern. Aber so kriegt ihr das nie wieder verkauft. Egal was das jetzt kostet, so ein Indium 1 Kilo, wenn das jetzt 400 Euro kostet, das kriegst du nie mehr verkauft, wenn du das so bestellst, weil da ist keine Chargennummer drauf, da ist ein Stempel, ja 1983, toll, vielleicht ist es so lange verpackt, von Debang. Debang ist ein riesen Industriemetallhändler, ja, ganz toll, also was heißt, oder Hersteller für strategische Metalle. Aber wenn ich das jemand verkaufen will oder eine Industrie, dann sagen die, da muss ich erstmal eine Analyse des Metalls machen, das kostet 300 Euro, also damit macht man nur Verluste. Deswegen, strategische Metalle sind sensationell, kann man investieren, muss man aber über einen professionellen Weg investieren. Wir haben diesen professionellen Weg, auch hier, es gibt bei allen Metallen und so weiter, es gibt immer Spreadkosten, ja, und dieser Spread, der bewegt sich halt immer so zwischen 8 bis 15 Prozent, sind sogenannte Spreadkosten, und die muss man einkalkulieren. Das heißt, wenn man Kapital, Vermögensschutz betreiben will, Sicherung, weil man sich sagt, okay, strategische Metalle sind nicht x-beliebig vermehrbar, ja, also dieses Metall zum Beispiel, 600 Tonnen Weltjahresproduktion im Jahr, oder hier, das ist zum Beispiel Gallium in einem PET-Fläschchen, Weltjahresproduktion 100 Tonnen, wenn man das nicht x-beliebig vermehren kann, und die Industrie in den nächsten Jahren diese Rohstoffe braucht, darf man davon ausgehen, dass die Preise auch gute Möglichkeiten haben zu steigen. Momentan kann man sie relativ günstig kaufen, und dann ist es natürlich ein Mittelinvestment, ja, Long-Term jetzt weniger, aber so mal für drei, fünf Jahre muss man schon mal so kalkulieren, wenn man da seinen Vermögensschutz betreiben will, und dann gibt es natürlich da, und das muss man immer bedenken, man hat natürlich Lagerkosten. Auch die Lagerkosten sind überschaubar, wenn jetzt einer natürlich einen Warenkorb kauft, und hat 45 Euro oder 90 Euro Lagerkosten im Jahr, das ist okay, aber wenn jetzt natürlich einer größere Vermögen platzieren will, dann hat er halt ratzfatz mal 300, 500, 800 oder 1.000, 2.000 Euro Lagerkosten für solche strategischen Rohstoffe, weil da handelt es sich dann noch nicht um ein Kilo, was da lagert, da gibt es dann Sachen, da lagern hat man 100 Kilo an Material, das bringt ja auch nichts zu sagen, ich will das gern daheim haben, ich spare mir natürlich hier die Mehrwertsteuer im Zollfreilager in der Schweiz, aber deswegen krisensicheres Investment, ja, ja, definitiv, aber man muss natürlich immer kalkulieren, dass auch mit solchen Investments Kosten verbunden sind, deswegen, ich mache das Ganze hier auch mal hier, komplett neutral, also extrem krisensicher von der Konservierung, definitiv, dass ich jetzt damit richtig auf das Ziel gehe, ich mache jetzt Performance und Inflationsausgleich, wenn eine Hyperinflation kommt, auch, hey, das ist konserviert, ich brauche das dringend für die Technologie, auch für Wasserstoff, für all diese Dinge brauche ich diese Rohstoffe, für Photovoltaik, für Infrastruktur, ohne das geht es nicht, auch für Internet, für alles, was wir kennen, allein sechs, also sechs Metalle wie zum Beispiel Indium, Hafnium, Gallium, Tantal, Telur und Wismut decken 80% aller Schlüsselindustrien weltweit ab, ohne das würde nichts gehen und deswegen darf man davon ausgehen, dass es wichtig ist, A, solche zu besitzen und weil nur sehr wenig prozentuale Deutsche werden überhaupt diese Rohstoffe haben können, ja, also, das muss man wissen, wenn nur ein Prozent der Deutschen in diesen Markt reingehen würde, bei 6,3 Billionen Spareinlagen wären das 63 Milliarden, dann wären alle strategischen Rohstoffe für ein Jahr komplett vom Markt gefegt, ja, dann wäre alles aufgekauft, ja, so klein und diffizil ist natürlich auch dieser Markt. So, was haben wir noch? Wir haben das liebe Thema Diamanten, ja, Diamanten ist natürlich auch mega interessant, ich mache das mal in Weiß, man sagt ja, Diamanten, Diamonds are forever, also Diamanten haben natürlich einen sehr großen Vorteil, es ist einmal die A, die härteste Währung der Welt, man kann sehr, sehr viel Geld in minimale Ware reinpacken, es gibt wahrscheinlich nichts, also nichts mir Bekanntes, wo man so viel Geld verhältnismäßig in Diamant verpacken kann, ja, wenn ich jetzt so ein 2 oder 3, nennen wir mal ein 3-Kareter, der irgendwo 280.000 Euro kostet, also wirklich perfekter Schliff, perfekte Farbe, Lupen rein, ja, also alle wichtigen 4 Cs, spricht man da, Color, Clarity, Cut und so weiter, wenn das erfüllt ist, dann liegt der irgendwo bei 280.000 Euro, ja, also es gibt von 80.000 bis 300.000, alles bei einem 3-Kareter, aber dann kann ich natürlich extrem viel Geld reinpacken in so einen kleinen Stein, es ist die härteste Währung der Welt, es hat jede Krise überdauert, jedes Crash-Szenario überlebt, trotzdem auch hier, inflationsbereinigt, muss man mal gucken, auch die Diamanten haben mal nachgegeben, jetzt sind sie gerade wieder im Anziehen, Problem bei Diamanten grundsätzlich ist, dass der Spread, wenn du das im Laden kaufst, im Laden kaufst oder bei einem Online-Händler und du kaufst und sagst, ey, das ist ein guter Preis, dann hast du jetzt oftmals ein Problem, weil, wenn du wieder verkaufen willst, wenn du diesem Händler das wieder bringst, dann sind die Spreads da teilweise 30 bis 40% und das macht natürlich genauso wenig Spaß wie bei Platin und Palladium und deswegen ist es für einen Privatinvestor, der jetzt irgendwo halt ein Diamant kauft oder bei einem Juwelier und dort wieder verkaufen will, macht das Ganze natürlich nicht einfacher, dementsprechend, man hat Spreads von auch hier 10, 15%, wenn man es über einen Großhändler kauft, wir haben da einen ganz guten Zugang, ja, wir haben sogar so Diamanten ab 100.000 Euro, da liegen wir bei einem Spread von gerade mal 6 bis 8%, das ist alles noch richtig gut, vor allem hat man die Möglichkeit, dem Anbieter das auch wieder zu diesem Spread, also einmaliger Spread, entsprechend zurückzuverkaufen, ansonsten sehr schwierig. Jetzt natürlich die Frage der Lagerung, man kann lagern in einem Zollfreilager, hat man natürlich entsprechend Kosten dafür, in der Regel liegt man bei Kosten bei so 1% der Kapitalsumme, ja, das heißt, das muss man natürlich auch jedes Jahr immer bringen, bei 100.000 sind es natürlich auch ein Tausender an Kosten, weil es muss natürlich versichert sein, wenn du es daheim lagerst, haben viele Angst, oh Gott, was ist, wenn ein Einbrecher kommt, was ist, wenn der Diamant verloren geht, das wäre natürlich das absolute Desaster, wenn er nicht vernünftig verpackt ist, man kann so ein kleines Schächtel hier mal verlegen, ist mir auch schon passiert, mit Diamanten, da habe ich meiner Frau gesagt, ey, wo sind die Diamanten, erst mal alles abgesucht, war ich auch froh, dass wir sie wieder gefunden haben, das ist natürlich echt so ein Problem, die Kinder finden es mal zum Spielen, sagen, oh, das ist aber toll, packt das irgendwo in eine Play-Doh-Knete rein, und dann freut sich irgendwann mal jemand, das ist halt, muss man einfach kalkulieren, grundsätzlich krisensicheres Investment, ja, ich mache hier aber auch ein neutrales Zeichen, weil es gar nicht so einfach ist, da so ranzukommen, man auch hier die Kosten, Kalkulation, Versicherung, muss man halt einfach alles einkalkulieren, und man darf nie eines vergessen, eine Anschaffung ist immer eine Sache, das Frage ist immer auch der Unterhaltungskosten von echten Vermögenswerten, ja, ich frage mich ja immer, wie eine Lebensversicherung heute, zwei, drei, vier Prozent Verwaltungskosten im Jahr machen kann, für etwas, was es überhaupt real in es gibt, für Blätter versenden und für irgendwie IT, das ist schon pervers, aber bei echten Werten, habe ich natürlich immer, ich sage mal, Eigentum verpflichtet, ja, Eigentum verpflichtet, und ich muss mich drum kümmern, ich muss mich drum kümmern, und das kümmern und bewahren und erhalten kostet Geld, ja, da ist der Vorteil natürlich ganz klar bei Diamanten, es ist natürlich unvergänglich, auch diese Metalle oder ein Bitcoin ist halt unvergänglich, das heißt, ich habe keine, und das ist wichtig, ich habe keine Wartungskosten, ja, dass der Diamant, der, der, keine Ahnung, ja, der fängt an, unförmig zu werden, das passiert nicht, ja, es wird auch kein Gold, geht auch, wird auch nicht schlecht, das ist halt das Problem bei der Immobilie, ja, aber das habe ich hier natürlich überhaupt nicht, bei Bitcoin sowieso nicht, ja, manche glauben ja immer noch, es gibt physische Bitcoins, das ist eine so ganz clevere, nee, das gibt es nicht, so, was haben wir noch, wie viel Uhr haben wir denn jetzt, ja, ich würde gerne so noch 10 Minuten machen, gehen wir da mal im Schnelldurchlauf durch, das sind so die relevantesten Dinge, wenn ich direkt in Unternehmen reingehe, ja, also Unternehmen, ich kann ja hier ein Folgendes machen, Unternehmen, so, da ist natürlich die Frage, was sind es für Unternehmen, ja, sind die relevant in Krisenzeiten, dass ich mich direkt beteilige, im Private Placement mache, Mitgesellschafter werde, sind es Unternehmen, die eine ganz interessante Geschichte haben, die so digital aufgestellt sind, um so eine Krise dauerhaft, ähm, auch zu verändern, oder wirklich so ein, ja, sagen wir, die Welt zu verändern, ja, damals wie Amazon, oder halt Apple, ja, das ist natürlich ein absoluter Global Player, Google, komplett, Google wird halt immer laufen, ja, es gibt keinen Grund, warum sollte Google nicht laufen, oder, äh, Video Streaming Plattformen, ob das jetzt YouTube ist, äh, weil die Welt geht ja immer mehr in diese Richtung, ja, also wenn ich da ein Unternehmen finde, wo was Bahnbrechendes hat, ja, äh, wo, wo wirklich lebensverändert ist, wo man wirklich einen Benefit hat, dann kann man da natürlich reingehen, und deswegen mache ich jetzt einfach auch hier wieder ein komplett neutrales Zeichen, weil es kann krisensicher sein, oder halt weniger, das ist ja oftmals, äh, gehe ich jetzt in eine Sache rein, die was, äh, total tolles erfunden hat, im Offline-Bereich, und, und hat weltweit Stores aufgebaut, und dann ist Lockdown, oder Krisenzeit, und keiner rennt mehr rum, ist natürlich problematisch, ja, wenn ich auch etwas, äh, herstelle, was nicht relevant ist, dass man in Krisenzeiten das unbedingt kaufen will, oder braucht, oder sagt, es ist finanziell gerade so ein Fiasko, wir sind in einer Depression, äh, da brauche ich manche Dinge halt einfach nicht, ja, ob das jetzt Spielzeuge sind, dann sagt man halt, hey, komm, da gibt es halt mal, bis wir wieder, äh, auf, auf dem Level sind, dass wir uns was leisten können, das machen wir nicht, aber, Essen, Trinken, Wasser, Versorgung, das sind immer solche Themen, oder halt, jetzt gerade so Digitalisierungssachen, äh, die auch im Corona-Krise, Lockdown, und darf völlig überdauern, so, dann, ich überspringe mal Versorgung, weil Unternehmen, wenn ich jetzt in Versorgung reingehe, ja, zum Beispiel Strom, Dienstleister, Energielieferanten, Gas, das sind Dinge, das wird halt auf jeden Fall gebraucht, das kann nicht pleite gehen, da kann es nicht komplett crashen, dann zum Beispiel Pflanzen, warum schreibe ich Pflanzen hin, das machen natürlich jetzt Grün, jetzt stellt man sich die Frage, okay, was für ein Pflanzen, was für ein Pflanzen-Business, und es war ganz interessant, man kann ja jetzt sämtliche Sachen anbauen und pflanzen, oder in Unternehmen, Orange, es werden ja Orangenplantagen auf, in Paraguay verkauft, Zitronenplantagen, Haselnüsse, Erdnüsse, in Bolivien, Paranüsse, Cashewnüsse, das sind alles Dinge, das ist grundsätzlich interessant, weil diese ganze Wirtschaft, Landwirtschaft, auch die Landwirtschaft, das muss ja alles laufen, wir brauchen ja Essen und Trinken, das steht außer Frage, also wenn es richtig knallt, werden wir da jetzt weniger Probleme haben, aber, weil wir gerade ein interessantes Projekt haben, mit dem Thema Cannabispflanzen, sprich rein ist aber CBD, für den medizinischen Aspekt, habe ich vor drei Tagen ein Telefonat gehabt, mit einem Mandant von mir, der hat Landwirtschaft studiert, der hat in dieses Projekt schon investiert, und hat gesagt, Tobias, wir haben uns über Jahre Gedanken gemacht, haben alle Pflanzen analysiert, mit was lässt sich, also was ist die einfachste Bewirtschaftung, und mit was lässt sich den größten Ertrag generieren, und ist auch ökologisch am sinnvollsten, und das mit Abstand eine Hanf- bzw. Cannabispflanzen, und das wissen wahrscheinlich viele, jetzt bitte nicht denken, oh klasse, ja, und am besten noch Coca-Pflanzen, und dann machen wir hier eine schöne Mixtur, und wir hatten Großhändler, nee, sind wir gar nicht da drin, sondern wirklich Cannabispflanzen, in dem Bereich, das für das Thema CBD, und CBD ist halt, wird eingesetzt in der Krebs, also in der Krebspatienten, um das einzudämmen, Leukämie, rheumatische Erkrankungen, statt Antidepressiva nimmt man lieber CBD-Öl, also jeder, der von euch schon mal Erfahrung hat mit CBD-Öl, CBD-Kapseln, CBD-Gummibärchen, das gibt es ja alles, also das ist wirklich eine absolute Heile- und Wunderpflanze, und wir haben da aktuell ein Projekt, das ist hochinteressant, wo man tatsächlich ein direkter Stellplatz, inklusive Pflanze, kaufen kann, und hat, ist dann beteiligt, oder man ist Eigentümer, die Bewirtschaftung läuft direkt in der Schweiz, und alle zweieinhalb bis drei Monate wird abgeerntet, und dann kann ich mir die Ernte entweder, also physisch kann ich es nutzen, oder es wird halt direkt verkauft, und da sprechen wir zum Beispiel auch, wegen krisensicheren Investment, ob ein Lockdown ist, Krise, egal was, für die Mini-Medizin, müssen diese Sachen bewirtschaftet werden, da werden Produkte generiert, und der Absatzmarkt und der Milliardenmarkt wird aktuell da immer größer, das heißt für mich aktuell, weil die Frage oft kommt, auch in unserem Portfolio, ich bin da immer sehr objektiv und neutral, ist das natürlich ein absolut krisensicheres Investment, weil ich einfach ganz geringe Faktoren habe, die abhängig sind, dass da was verrutschen kann, und das natürlich hoch, hoch professionell gemacht wird, also wirklich geil, wer da Interesse hat, kann gerne mir eine Nachricht schreiben, oder hier rein, dann lassen wir euch die Infos zukommen, und dann könnt ihr euch das mal in Ruhe anschauen, so, das nächste, gehen wir mal noch auf das Überthema, zum Beispiel Kunst ein, so, Kunst, ist Kunst ein krisensicheres Investment, ich habe mir vor kurzem ein paar Kunstindizes, also Indexindizes angeschaut, und da geht man oft davon aus, dass gerade so alte Maler, Picasso, Rembrandt und so weiter, dass das mega, mega inflationsgeschützt ist, und immer ein krisensicheres Invest ist, es ist ein sehr, sehr, ja, sagen wir mal, intensives Business-Modell, wo man wirklich sich auskennen muss, wo man sehr viel Hintergrundinformationen sammeln muss, lustigerweise hat die neue moderne Kunst, diese alten mit der Performance sogar geschlagen, und es gab ein paar, die haben wirklich inflationsbereinigt, also die Inflation auch super ausgeglichen, und outperformed, also als krisensicheres Investment darf man davon ausgehen, es gibt einfach Klassiker, an die Klassiker kommt man in der Regel nur schwer ran, oder hat auch das Vermögen nicht, man muss natürlich eins bedenken, im Bereich des Kunsthandels, da braucht man sich jetzt keine Gedanken machen, Top-Gemälde Originale zu bekommen, indem ich jetzt mal 1000, 5000, 10.000, oder 50.000 investieren will, da geht es gleich im sechsstelligen Bereich, siebenstelligen Bereich, und auch achtstelliger Bereich, und dementsprechend ist es für die meisten nicht umsetzbar, und auch so weit weg, wenn du keinen Plan hast, dementsprechend als solches, relativ krisensicher, nur für die meisten nicht umsetzbar, also nicht umsetzbar, ich mache deswegen auch hier ein neutrales Zeichen, also hier wird es heute keins geben, ein Minus oder ein X, dass man sagt, das ist überhaupt nicht krisensicher, weil ich ja nur Sachen aufgeschrieben habe, wo ich Geld tausche gegen eine echte Ware, okay, das ist wichtig. So, dann zum Beispiel Uhren und Schmuck, habe ich hier noch, Uhren und Schmuck, was haben wir noch für eine tolle Farbe? Was nehmen wir denn? Ja, komm, hier nehmen wir mal das. Uhren und Schmuck, so, hier muss man ganz klar schauen, bei Uhren, deswegen, ich will lieber auf Uhren eingehen, als auf Schmuck, manche gehen davon aus, wenn ich jetzt ein teures Diadem kaufe, ein Luxus-Kollier, 25 Karat oder was, gibt es ja alles für mehrere Millionen, ist ganz toll, bei Schmuck ist der, der Preisaufschlag für die Verarbeitung einfach sehr, sehr hoch und die Handelsspannen relativ hoch, das heißt, wenn ich das neu kaufe, wird es sehr, sehr schwer sein, a, das wieder zu verkaufen, für den Preis, b, überhaupt mit einem Gewinn oder einem Inflationsschutz rauszugehen, das ist mehr eine emotionale Geschichte und ich kann mich daran freuen, aus emotionalen Gründen, dass ich es tragen kann. Bei Uhren sieht es schon etwas anders aus, es gibt bestimmte Modelle, wenn man jetzt, es gibt einen sogenannten Rolex-Index, da gibt es ein, zwei Modelle, die auch die Inflation, inflationsbereinigt, auch sogar outperformed haben, in der Regel, meine Empfehlung ist ganz klar, keine neuen Uhren zu kaufen, sondern immer gebrauchte Uhren in einem Top-Zustand, weil da trotzdem der Wertverfall ja schon da war oder ich kriege die gebrauchten Uhren aus, zum Beispiel einer Zwangsversteigerung bei einem Händler, wo man zwei, drei Uhren kauft, kann man sehr gut handeln. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe mir damals, 2012, ja 2013 war, das habe ich mir eine Rolex Daytona gekauft und eine Hyplo Big Bang in München, beim Juwelier und ich bin da sehr, sehr straight in die Verhandlung reingegangen. Ich habe beide Uhren gebraucht, in 1A-Zustand bekommen für 13.500 Euro, also zusammen. Eine Hyplo Big Bang kostet normalerweise heute, die normale kostet 12.000 Euro. Die Daytona, die habe ich sogar hier auf dem Sachwertmagazin, ja also, vielleicht sieht man es, vielleicht auch nicht. Ganz normale Rolex Daytona, Stahlband Gold mit goldener Lünette und schwarzes Ziffernblatt, ja die liegt heute normalerweise, da liegst du mal bei 14.000, 15.000 Euro, habe ich beide Uhren zusammen für 13.500 gekauft. Die Daytona, weil ich die echt nie angezogen habe, nur so für Fotoshootings mal oder für Seminar und seit ich nur online aktiv bin, habe ich da keinen Bock mehr gehabt, habe ich die Uhr verkauft, vor eineinhalb Jahren, ja eineinhalb Jahren verkauft. Ich war fünf Jahre mit der Uhr nicht in der Wartung, weil auch die Wartung kostet Geld, weil ich sie so selten getragen habe, habe ich sie nicht warten gelassen, also warten lassen, dann, ich habe sie nicht warten gelassen, ist gut, ich habe sie nicht warten lassen, die war trocken, die hatte Kratzer, also am Armband und ich habe mehr Geld bekommen, als ich gekauft, als ich die gekauft habe und dementsprechend ist es natürlich sehr interessant, ja die Hyplo auch, würde ich heute mehr bekommen, als ich bezahlt habe, nur wenn du eine neu kaufst, haben die einen sehr starken Wertverfall, also Hyplo Uhren zum Beispiel, relativ schwach neu zu kaufen, außer man hat einen super Deal, wo man 30, 40 Prozent eh gleich kriegt, aber bestimmte Audemars oder Audemars-Piquet Uhren, ja Richard Mill, klar die kosten halt gleich 150, 200.000, aber die Rolex als Standardmodelle, GMT Master, bestimmte Modelle, kann man sehr gut kaufen, wenn man sie gut behandelt, kann man sie kaufen und tragen, ist ein schönes Feeling, ich trage aktuell gar keine von den Luxusuhren und dementsprechend kannst du aber als Vermögenssicherung, als Schutz definitiv da sehr sehr gut agieren und du wirst in der Regel in Krisenzeiten immer wieder das Geld für bekommen, also ich sage mal, also extrem krisensicheres Investment machen wir auch wieder neutral, ja, wenn man das Richtige kauft, kann man outperformen, wenn man natürlich sich doof anstellt, dann macht man natürlich auch Verlust, aber insgesamt, ich tausche mein Geld gegen eine echte Ware, mit einer gebrauchten Rolex kann ich nichts falsch machen, ich werde immer wieder das Geld bekommen dafür oder mehr, zumindest inflationsgeschützt, deswegen ganz klare Empfehlung kann man machen. So, dann haben wir noch ein schönes Thema, das finde ich richtig cool und zwar ist das Whisky, so, auch Whisky, es gibt es natürlich hunderttausende von Sorten, nur hier muss man verstehen, ich habe das schon vereinzelt ab und zu erzählt, manche haben da immer gelacht, aber es gibt ja Whisky Investments, und es gibt einfach verschiedene Fabrikate, auch Tranchen oder sagen wir mal bestimmte Whiskys, die kosten auch immer eine Flasche, dann 100, 200, 500, 800 oder mehr, tausende von Euro, das kann man ausgeben für Whisky, aber wenn man auch einfach nur einen sehr, sehr guten Whisky nimmt, ja, der 20, 25 Jahre gelagert ist, ja, also wirklich ein absoluter Top-Whisky, da könnte man sehr gut Kapital konservieren, dann ist natürlich die Frage der Lager, der Lagerung, wenn du einen guten Keller hast und kannst es versichern, in der Hausrate, ist clever, ansonsten gut lagern, da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, es darf ja natürlich nicht schimmeln, aber der Alkohol wird auf jeden Fall nicht schlecht, es ist natürlich ein sehr, sehr gutes Kriseninvestment, inflationsgeschützt auf jeden Fall, und in Krisenzeiten, also auch normale Whiskys, dann wird man relativ gut wieder verkaufen können, weil Alkohol wird immer getrunken, immer gefragt, auch gerade in ganz schwierigen Situationen, und wenn du selber gar nicht mehr klarkommst, weil du durch schlechte Investments dein Kapital vernichtet hast, dann machst du einfach so eine Pulle auf, kippst sie in die Binde, dann hast du zumindest mal die Verluste vergessen, also Whisky, sehr interessant, auch hier, ich schreibe hin, trotzdem neutral, aber die Haltungs- und Wartungskosten sind natürlich sehr interessant, weil du hier in der Regel keine hast, ja, also wir hatten schon mal durchkalkuliert, den Keller einmal voll zu machen, da passen mindestens 10.000 Flaschen rein, so groß ist der Keller hier und das könnte man gut lagern und da hätte ich keinen Stress, weil ich weiß, in zwei Jahren, in drei, in fünf Jahren, da bekomme ich für den Whisky wieder das gleiche Geld oder zumindest inflationsbereinigt, ich schreibe es mal nicht extrem krisensicher, wobei man das eigentlich schon, ich schreibe mal ein Plus Minus hin, fairerweise, weil man da von den Wartungskosten relativ gut, gut ist, überschaubar und das Risiko ist wirklich mini, mini, minimal. So, Auslandswährung schreibe ich gar nicht hin, meines Erachtens nicht krisensicher, weil es gibt eigentlich nur eine Währung auf der Welt, das ist der US-Dollar, das ist die Weltleitwährung, die meisten Staatsanleihen sind in Dollar, die meisten Gläubiger der USA, auch wenn die eigene Währung haben, sind in Dollar, also dementsprechend Auslandswährungen, dass man sagt, ich kaufe irgendwelche Kronen, Schweizer Franken, bitte lasst das einfach, das ist kein krisensicheres Invest. dann haben wir noch, ja zum Beispiel Coaching, Weiterbildung, Coaching, Weiterbildung, Warum gibt es denn draußen aktuell so viele Coaches? Bestimmt nicht, weil es nicht läuft, sondern, ups, so, jetzt hören wir es, so, Coaching, wenn du selber etwas erreichen willst, willst in deiner Persönlichkeit wachsen, willst dich nebenbei selbstständig machen, willst Online-Marketing-Business aufbauen, und du hast eine Selbstständigkeit, du bist Unternehmer, dann ist meines Erachtens das Invest in Coaching, Weiterbildung ins eigene Business, ich schreibe jetzt mal querstrich Coaching Business, eins der besten Dinge, die du natürlich heute machen kannst, definitiv, warum? Weil, jedes Invest in deine, in dich selber, in Weiterbildung, in Coaching und in Persönlichkeitsentwicklung oder in die Infrastruktur von deinem eigenen Unternehmen oder als Selbstständiger, alles, was du dir selber beibringst, alle Fähigkeiten, die du dir neu erlernst, durch einen Mentor, durch ein Coaching, durch Prozesse, die implementiert werden, wo dir die Arbeitsschritte vereinfachen, ist absolut Gold wert und kann dich natürlich sehr, sehr sicher durch eine Krise bringen. Ja, wir haben den Vorteil gehabt, wir haben vor über sieben Jahren das Unternehmen komplett automatisiert und digitalisiert, deswegen sind wir heute natürlich auch so unterwegs und haben im Zuge der Corona Umsatzsteigerungen von 100 bis teilweise 150 Prozent in den letzten Monaten und das ist natürlich wirklich großes Kino, wo momentan alle 80, 90 Prozent Umsatzeinbruch haben, haben wir Umsätze verdoppelt. Ja, und dementsprechend gilt es, wie kann ich Arbeitsprozesse, wie kann ich Mitarbeiter einarbeiten, wie kann ich Online-Akademien erstellen, etc. pp. Wir machen unsere Cashflow Academy ja auch komplett online, ist übrigens am 28.6. wieder, musst du unbedingt dabei sein, Tagesseminar von 10 bis 18.30 Uhr, Cashflow Academy, wenn du heute am Start bist, ist dein Invest in 59 Euro und du bekommst den ganzen Tag Content vom Feinsten, ja, über Money Management, finanzielle Bildung, Insider-Infos über die Finanzindustrie, ich zeige dir das komplette Portfolio auf, nochmal diese Investitionsstrategie der 5 reichsten Menschengruppen und abends gehen wir ganz konkret auf deinen Plan ein, wie viel Nettovermögen brauchst du, um aus den Erträgen leben zu können und wie kommst du ohne Variable, in welchem Zeitraum auf dieses Nettovermögen, das alles für ein Invest, 59 Euro, 7,5 Stunden Content, ja, also wir machen wenig Pausen, vom Allerfeinsten, also das ist ein Invest, das ist Gold wert, im Hotel kostet in der Regel immer viel, viel mehr, deswegen nutzt die Chance, Lukas haut euch da gerne den Link rein und dann könnt ihr auch entsprechend noch buchen. So, also wirklich Coaching, Weiterbildung, wenn man sagt, hey, was kann ich denn aktuell tun, was bringt denn dir die höchste Rendite, in erster Linie dein eigenes Business. Ja, und wenn du das hochskaliert bekommst, dass du mehr Umsatz und mehr Gewinn fährst und nimmst die Hälfte vom Gewinn wieder, um weiter in die Infrastruktur zu investieren, die Hälfte vom Gewinn in dein Persönliches Vermögen, dann ist das natürlich optimal. Deswegen, wenn man es richtig einsetzt, ist Coaching, Business, Invest in sich selber natürlich das krisensicherste Invest, was man überhaupt machen kann. Was haben wir noch? Graphen, habe ich ja gesagt, sage ich nichts dazu, kenne mich zu wenig aus. Ich habe noch aufgeschrieben, Autos, Luxus, Oldtimer, auch hier, selbst ein Ferrari-Index, den es gibt, nichts hat durch die Bank weg sauber performt, wirklich überhaupt nicht. Es gibt keine Autos, es gibt so ganz vereinzelte Oldtimer, da muss ich mich sehr, sehr gut auskennen, da brauche ich den Platz, ich brauche die Lagerungen, die müssen gepflegt und gewartet werden. Also in meinen Augen kann man keinen Haken dran machen, dass das ein krisensicheres, extrem krisensicheres Invest ist. Klar, ich habe mein Vermögen konserviert, aber ich habe natürlich extrem viele Kosten, das Ganze da immer auf dem aktuellen Stand zu haben. Jeder, der vielleicht mal ein besseres Auto gehabt hat, weiß, was das ist. Ich hatte vor einigen Jahren, vor drei Jahren, noch nebenbei zum Spaß, als Hobby, eine Sportwagenvermietung, wo ich ein paar Boliden gekauft habe, Lamborghini, R8, R7 und lauter so Schlitten, hat man da so ein M4 von Hamann und so Einzelstück in ganz Europa, das ist alles, das hat alles nur Zeit und Nerven gekostet. Aufbereiter, da ist ein Kratzer da drin, das kostet alles, macht überhaupt keinen Sinn, macht überhaupt keinen Sinn. So Kleidung, sage ich auch, Kleidung, Luxusgüter, da was einzukaufen, die Leute verarschen sich ja gern selber und sagen, ja, ich habe in eine neue Hermes-Tasche investiert oder eine Louis Vuitton, ja, ob das so ein Invest ist. Es gibt ganz vereinzelt extrem gute oder sagen wir mal Luxusgüter, die limitiert sind, die eine Wertsteigung haben, ansonsten macht man mit dem Zeug immer Geld kaputt. Da braucht auch keiner sich das schön rechnen, das ist einfach so. Ja, an der Stelle, sonst habe ich nichts mehr. Öl, Öl haben wir natürlich jetzt gesehen in der Krise, Öl ist eines der wichtigsten Rohstoffe auf der Welt und es wird auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahre nicht von diesem Planeten wegzudenken sein, das ist einfach so. Trotzdem mal gesehen, der Ölpreis wurde sogar mal kurz ins Minus geballert mit minus 40 Dollar, das heißt, du hast Öl bekommen und hast, also konntest Öl abnehmen vom Future und gleichzeitig hast du noch Geld rausbekommen, das war schon richtig pervers. Unvorstellbar, dass es mit dem Rohstoff geht, aber Fakte seien es, an der Börse, was auf Blatt Papier gehandelt wird, auf Blatt Papier kann man nach oben, nach unten, kann man sogar ins Minus pushen, wie wir jetzt vor einigen Wochen gesehen haben. Wasserstoff, muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich zu wenig tief drin in der Materie, alles, was ich jetzt sage, wäre falsch. Es ist ein sehr interessantes Thema, auch wäre eine mega Alternative, die Frage ist halt immer, wie ist das Ganze langfristig umsetzbar, welche Lobbyisten arbeiten dagegen, deswegen, ich will zu Wasserstoff nichts Konkretes sagen, weil ich da einfach zu wenig Expertise habe und an der Stelle sind wir jetzt, denke ich, die wichtigsten Sachen durchgegangen. Würde die Zeit gerne nutzen, jetzt haben wir heute eineinhalb Stunden wieder durchgezogen, ich schwitze mir hier drinnen ab, eineinhalb Stunden, fühle mir vor, wie so ein Feuchtbiotop, in so einem Tropenhaus, schreibt gerne mal rein, wie es euch heute gefallen hat, ob ihr was mitnehmen könnt, wer Fragen hat, ansonsten gerne den Videokurs anschauen, wohlstandskanzlei.de, Cashflow Academy kann ich nur jedem ans Herz legen, also wenn es ein Seminar extern heute geben würde, mit der Qualität, wie die Cashflow Academy ist, würde ich mich freuen und würde das sofort buchen. Ja, ich sage das nicht, weil es mein eigenes Seminar ist, ich meine das absolut ernst, wir machen das Seminar seit über acht Jahren, haben mehrere tausende Teilnehmer gehabt, mehrere Städte, und es ist immer wieder interessant, wie die Leute, wie sich das Leben verändert, wenn die an dem Tag teilgenommen haben. Also wirklich ein absolutes Top-Invest, man könnte jetzt hinschreiben, Cashflow Academy, ja, auf jeden Fall Top-Krisensicheres Invest, ja, so, ich schreibe es hin, Zack, Cashflow Academy, so, zack, auf jeden Fall, ja, also, wenn ihr da seid, dann könnt ihr so viel mitnehmen für euch, für 59 Euro, ist wahrscheinlich eines der besten Invest in den letzten Jahren, und es wurde auch wirklich von vielen, vielen tausend Mandanten, die wir ja mittlerweile in 19 Ländern haben, bestätigt, also das macht schon Sinn. So, jetzt gerne noch Fragen reinschreiben, da meine ich noch die zwei Minuten, ansonsten, nächste Woche Donnerstag ist ja Feiertag, aber spielt keine Rolle, letzte Woche Donnerstag war auch Feiertag, da war nämlich Vatertag, auch da waren wir 20 Uhr live, und nächste Woche am Donnerstag ist Happy Leichnam, auch da sind wir online um 20 Uhr, ja, es gibt keine Ausreden. So, noch Fragen, ihr Hübschen? Keine Fragen mehr? Krass, es dauert noch, bis wir geschrieben haben. Ah, okay. Warten wir noch kurz. So. Und? Es ist jetzt noch nichts. Ja. Das freut mich, wenn du das schreibst, Andi war vor ein paar Monaten auf der Cashflow Academy. Richtig schön, dass du da immer fleißig am Start bist. Andi ist bei uns auch sehr aktiver Mandant und der wird, der liebe Andi, du wirst deinen Weg da richtig gehen. Freue ich mich immer wieder, wenn wir dir helfen können. so, wer noch? Ja, ansonsten, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Donnerstagabend. Hat mir wieder viel, viel Spaß gemacht. Wünsche euch vorab ein wunderschönes Wochenende. Dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche Donnerstag wiedersehen. Ihr könnt auch gerne Menschen einladen in die Gruppe, wenn ihr sagt, das bringt mir einen Mehrwert. Auch, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auf Google, wer schon Kunde ist oder mich schon länger kennt oder sagt, hey, das ist wirklich toll, was der Tobias da macht, dann schreibt einfach mal eine Google-Rezession. Freue ich mich immer, dass er mich da bewertet und dann sehen wir uns nächste Woche in alter Frische. Ich wünsche euch was. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund. Bis dann.